Junge, du bewegst wirklich, du bist ja leicht links, aber eigentlich mittig, ja. Jetzt Mitte. Ich schwöre, das ist ein Strike, du hast ein Strike. Bro, ich bin auf dem Kopf! WTF? Das ist nicht dein Ernst. Nee, TF! Was hab ich? Mann, du hast es zweimal daneben gemacht. Hat er nicht Strike gesehen? Nein, es war ein Strike, ja, es war insane. Ja, true, ich hab auch nur einmal geworfen, dich fucking lieb. Das muss ein Strike gewesen sein. Ich hab auch Strike gehört, warum hab ich dir geglaubt gerade? Äh, wieso? Junge, einfach ein Strike vom Klo gemacht, Digga. Ich weiß nicht, ob ich die Controller mitgenommen hab.